Hallo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch heute eine Nail Growth Challenge veranstalten. In diesem Sinne viel Spaß beim Video. Ich möchte heute mit euch eine Nail Growth Challenge veranstalten. Was meine ich mit einer Nail Growth Challenge? Ist eigentlich ganz einfach. Meine Nägel sind, wie ihr seht, ziemlich kurz zur Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit euch eine Nail Growth Challenge. Also ich kaufe mir so einen Nagellack, der verspricht, dass die Nägel recht lang werden. Und teste den mit euch. Also ich kann euch sagen, ich habe einen, der schon funktioniert. Nur wenn ich euch einfach nur das Produkt präsentiere und sage, es funktioniert, aber ich habe ganz kurze Nägel, dann werdet ihr mir das nicht glauben. Ich habe eigentlich nur deswegen momentan kurze Nägel, weil ich den Nagellack jetzt schon eine Zeit lang nicht benutzt habe. Und wir hier zu Hause das Haus renovieren. Und ja, wenn ich da irgendwas mitarbeite oder so, dann brechen wir sofort die Nägel. Weil meine Nägel einfach von Hauses total sprüde sind. Also meine Nägel sind wirklich eine Katastrophe. Meine Nägel sind so, dass sich an der Spitze quasi normalerweise der Nagel in Schichten ablösen anfängt. Beziehungsweise wenn ich irgendwo mit dem Nagel so dagegen stoße, kann es einfach sein, dass er in der Mitte bricht und quasi, wie soll ich sagen, er bricht dann, also er reißt, vielleicht nicht beim Mittelfinger, er reißt dann quasi so nach hinten ein durchs Nagelbett. Also ich habe es teilweise schon gehabt, dass der Nagel quasi quer durchs Nagelbett einfach gespalten war. Und ich kann aus Erfahrung sagen, ja, es tut wirklich saumäßig. Ja, und ich habe mir gedacht, damit ich nicht einfach quasi sage, ja, der Nagellack ist total super und keiner hat einen Beweis dafür, habe ich mir gedacht, jetzt sind meine Nägel kurz, jetzt kann ich mit euch eine Challenge machen. Wir testen einen Nagellack. Und zwar geht es um den Nail Hardener Extra Strong. Kann man das lesen? Ich hoffe. Und zwar ist der von Heron. Kann man kaufen beim DM zum Beispiel. Und den trägt man wie folgt auf. Also wenn man die Nägel kuriert, trägt man den so auf, dass man an einem Tag jetzt eine Schicht aufträgt. Am nächsten Tag trägt man eine weitere Schicht auf. Und am dritten Tag wird er abgelackt. Und dann kommt wieder eine Schicht drauf. Dann wieder am Tag darauf, sorry wegen den Tränen, am Tag darauf wieder die zweite Schicht. Am dritten Tag wieder ablacken. Und so geht es dahin. Und das soll man ungefähr zwei Wochen machen. Bei mir war es so, beim ersten Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich glaube ich das insgesamt vier Wochen gemacht. Und danach habe ich es einfach dann so gemacht, dass ich jedes Mal, wenn ich mir die Nägel lackiert habe, habe ich den als Unterlack verwendet. Da war es dann wirklich so, dass meine Nägel super lang wurden. Ich kann euch dann ein Bild einblenden. Also die Nägel wurden super lang und total stabil. Wir haben auch auf der Baustelle alles ausgehalten. Also ich habe bei einer Baustelle mit verputzt und so weiter. Und das hat es alles ausgehalten. Und ja, das will ich euch somit mit der Challenge beweisen. Ich hoffe ihr habt Spaß damit. Ich werde einfach so ungefähr nach einer Woche mal ein Video hochladen, wie die Nägel jetzt aussehen. Und ja, ich hoffe ihr habt Spaß mit der Challenge. Ich hoffe ihr seid dabei. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr die Challenge sehen wollt, lasst mir ein Like da. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ciao!